Und so neigt sich heute dann auch wieder ein Jahr dem Ende entgegen. Auch wenn es für mich persönlich sehr durchwachsen war, ist es dann auch schön zu sehen, dass es langsam wieder zur Normalität zurückgeht. Gerade zu Ende gab es jetzt nochmal einen ziemlichen Schlag durch den Tod meiner Mutter einen Tag vor Heiligabend. Aber zum Glück werden wir hier gut durch Freunde und Verwandte aufgefangen. Die positiven Erlebnisse überwiegen allerdings. Es gab neue Bekanntschaften im YouTube und im sonstigen Freundeskreis. Und auch wenn es mit der Gamescom dieses Jahr zeitlich nicht geklappt hat, konnte ich dann doch auf der DoKomi endlich mal wieder ein bisschen Convention-Luft schnuppern. Hatte ich ja auch wieder sehr vermisst. Konzerte und Mittelalter-Märkte im Sommer taten auch wieder gut und ich konnte sogar Corona bisher vermeiden. Zumindest mal hat bei mir noch nie einen Test ausgeschlagen. Was YouTube angeht, bin ich aber auch sehr zufrieden im Moment. Es war ein tolles Gefühl, nach fast zwei Jahren die Resident Evil-Reihe mal abzuschließen, bei der ich dann doch mehr Spaß hatte, als ich erwartet habe. Da ist jetzt etwas ungewohnt, dass Halo und Driver relativ kurz oder verhältnismäßig kurz waren im Vergleich dazu. Und mit Red Dead Redemption 2 und Elex 2 habe ich dann sogar noch zwei Langzeitprojekte in diesem Jahr gestafft. Und trotz Ausfällen durch Krankheit und dem Wegfall der Livestreams bin ich auch dieses Jahr dann wieder über 1000 Videos gekommen. Aber halt doch weniger als die Jahre davor. Ja, und ich habe mich aber auch extrem über die positiven Rückmeldungen und das Interesse gerade an Driver und Need for Speed jetzt gefreut, die letzte Zeit. Bei Need for Speed hatte ich es zwar erwartet, aber echt nicht in diesem Ausmaß. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Gut, gerade in der jetzigen Zeit, sehr gut. Ähm, ja, ich will die Livestreams für die Suche zwar nicht ausschließen, aber wenn, werden sie wohl erstmal nur sporadisch kommen. Und vielleicht auch wieder exklusiv oder parallel auf YouTube. Mhm. Aber das habe ich im letzten Jahr echt nicht vermisst, muss ich zugeben. Und ich habe auch seit März vielleicht zwei Streams auf Twitch angeschaut. Mal schauen. Ähm, ja, wann und wie mich da mal wieder die Lust packt. Sonst habe ich für das neue Jahr eigentlich geplant, die To-Do-List nochmal ein bisschen weiter abzuarbeiten und vielleicht auch wieder mehr Together-Projekte anzugehen. Das war zwar früher gefühlt einfacher mit der Terminfindung, aber eventuell nehme ich die dann jetzt schon im Vorrats auf, sodass ich hier dann lückenlos veröffentlichen kann. Und, ähm, oder was meint ihr? Soll ich die dann vorher im Community-Tab und auf Social Media ankündigen? Es gab mir in letzter Zeit öfter mal Nachfragen, ob man bei den Projekten mitmachen könnte. Ähm, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich in Zukunft das einfach schon mal im Voraus ankündigen. Ja, ich, äh, wünsche euch dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, da ihr hattet die letzte Zeit, äh, oder hattet eigentlich das ganze Jahr über eine schöne Zeit. Ähm, ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu negativ und wird auch wahrscheinlich aufgrund des Zeitmangels nicht großartig bearbeitet werden. Ähm, aber ja, dann habe ich dann doch wie die letzten Jahre noch ein Video zum Abschluss machen können. Wenn auch etwas persönlicher als sonst. Keine Sorge, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit werden. Ja, vielen Dank nochmal für alles. Kommt gut ins neue Jahr. Euer Peacemaker.